Viva Con Agua wird 15 Jahre alt. Noch ein bisschen pubertär, aber schon fast erwachsen. Wir haben uns gedacht, es ist an der Zeit zu reflektieren und die Geschichten und Anekdoten aus 15 Jahren zusammenzufassen und das für euch so aufzuarbeiten, dass es euch inspiriert, sich zu engagieren, etwas zu gründen, ein Social Business, ein gemeinnützigen Verein, eine Stiftung, eine Community, irgendetwas mit Social Impact, denn es ist unsere Welt und wir wollen sie gemeinsam verbessern. 208 Seiten, Hardcover-Buch mit Leineneinwand auf mehrfach zertifiziertem Umweltpapier getrocknet. Mit Gastbeiträgen von Joy Denalani, Max Herre, Clueso, Caro Kebekus, Finn Kliemann, Bela B, Bosse und einem wunderbaren Brief von Teshome aus Äthiopien, wo immer noch in Sodo der erste Brunnen steht von Viva Con Agua. Wenn ihr dieses Buch lest, werdet ihr hoffentlich inspiriert. Wenn ihr dieses Buch kauft, unterstützt ihr Viva Con Agua und damit Trinkwasserprojekte weltweit. Wir bedanken uns bei Welthunger für den FC St. Pauli, denn ohne euch gäbe es überhaupt kein Viva Con Agua. Wir sagen Danke an alle, die in 15 Jahren Viva Con Agua unterstützt haben und uns auf diesem Weg begleitet haben und wir freuen uns auf die nächsten 15 Jahre. Ja. Honestly speaking, you guys are crazy in a nice way. Olha, erzählen wir bei der Werhtung vor. Mhm. Untertitelung des ZDF, 2020